Wenn du aber einen Preis durchsetzen willst, das ist Erde, das ist Dreckfressen, stell dich so breit hin und so fest hin, wie du kannst. Ich habe auch große Probleme, damit Rechnungen zu stellen oder meinen Wert nach außen zu verkaufen. Ich habe unfassbar viele Zusatzausbildungen, kennen mich wirklich gut aus, aber ich habe Magenschmerzen und ich weiß, ich muss jetzt Rechnungen schreiben. Es ist jetzt eine vermeintliche Kleinigkeit, aber du sitzt so. Wer sitzt so? Das sind Menschen, die keine Basis auf dem Boden haben. Wenn du dich wirklich zwingst, so wie du jetzt sitzt, zu sitzen. Und jetzt sag das nochmal mit dem Wert und dem Preis. Und fühl mal deine Füße, rede einfach nochmal, egal was dir einfällt, gerade über Preis. Ich habe Schwierigkeiten, den Wert, den ich spüre, den ich habe, zu verlangen oder diesen Preis zu verlangen. Hast du jetzt wirklich das Gefühl, dass du das hast? Es ist jetzt besser. Bitte? Es ist besser. Es ist besser. Je mehr du den Boden fühlst, umso besser kannst du Preise durchsetzen. Weil du brauchst Preis, Cash ist Bodenhaftung. Du neigst wirklich dazu, so eine kleine Elfe zu sein und da im Himmel zu sein. Und ein guter Unternehmer und auch ein Arzt muss ein guter Unternehmer sein. Der braucht immer beides. Der braucht den Himmel und der braucht die Erde. Himmel bedeutet die Vision. Den Sinn, das Gute. Erde bedeutet Dreckfressen. Ich denke, die Kurse, die ihr macht, die haben beides. Wir sprechen über Himmel, aber eben auch über die Erde. Und wenn du über Preise redest, mach noch was anderes, bitte. Stell dich mal hin. Stell dich gerade hin und sag jetzt, denk nochmal an Preise und an deinen Wert und an deine Zusatzausbildung. Ja, ich bin das Wert. Ja, guck mal, jetzt kommt nicht der erste Zweifel und jetzt kommt, ich bin das Wert. Stell dich hin. Es ist Standpunkt, Standpunkt einnehmen hat damit zu tun, dass ich auch stehe. Also immer, wenn ihr schwach seid, hört auf, nachts über Dinge nachzugrübeln. Schreibt es euch auf und nehmt euch vor, morgen, wenn hell ist, denkt er drüber nach. Und über Preise, wenn ihr merkt, oder irgendwas anderes, ihr kriegt es nicht hin, stellt euch hin. Und genauso, wenn ihr nicht weiterkommt, geht spazieren. Denn dann kannst du keinen Standpunkt einnehmen, weil du gehst rum und dann veränderst du deinen Standpunkt. Also, wenn du etwas durchsetzen willst, steh still, steh wie ein Soldat. Mann oder Frau spielt keine Rolle. Und wenn du etwas Neues erfinden willst, geh spazieren. Noch besser, wenn du ein Boot hast, geh Boot fahren. Kein Witz. Du kriegst die Jexten-Ideen im Flieger und im Boot, weil du keinen festen Boden hast. Du bist dann wirklich systematisch Himmel. Ohne fest irgendwas, was dich an die Vergangenheit fesselt. Wenn du aber einen Preis durchsetzen willst, das ist Erde, das ist Dreckfressen. Stell dich so breit hin und so fest hin, wie du kannst. Stehst du nochmal auf, bitte? Stell dich mal hin. Okay, und jetzt nimm bitte einfach mal 30 Zentimeter weiter, ganz unanständig so. Hast du Wert? Ja. Ja. Merkst du was? Ja. So einfach ist es. Wir sind ganz alte, archaische Wesen. So ein Quark funktioniert. Und wenn du die nächste Preisverhandlung hast. Okay. Ja. Wir können über Körpersprache sehr viel mehr uns selber modulieren, als wir denken. Ja, das ist so unfassbar wichtig. Nonverbale Kommunikation. Beginnt ja mit uns selbst. Wie kommunizieren wir mit uns? Und wir kommunizieren durch Emotionen und in Emotionen steckt Motionen, also wie ich mich bewege oder eben nicht bewege. So wie ich Verkäufern am Telefon sage, wenn die Abschlussfrage gestellt wird, stell dich hin. Du bist 80 Prozent effektiver. Stell dich hin. Und wenn du im Gespräch nicht weiterkommst, bring deinen Gesprächspartner dazu, seinen Standpunkt zu verändern. Ich mache immer schon, wenn ich nicht weiterkomme, sage ich jemandem, darf ich dir mal was zeigen? Komm mal zum Fenster. Dann kommt er zum Fenster und ich zeige ihm irgendwas, was mir gerade so einfällt. Aber der hat seinen Standpunkt verändert und dann kann er ihn auch innerlich verändern. Der hat seinen Standpunkt verändert und dann kann er ihn auch innerlich verändern. Und der hat seinen Standpunkt verändert und dann kann er ihn auch innerlich verändern.